Wenn du möchtest, kannst du mir die Sachen auch eben geben, dann rate ich eben alleine los. Dann kannst du hier nämlich weiterkillen und kannst ruhig mit dem Rex dann unterwegs sein. Weißt du? Ähm, ja gut, dann... Ich bin ja schnell. Ich muss mir das nur eben mit Tattoo. Okay. Mit dem Rex, ja? Ja, ja. Okay. Ich hab auch blaue Schuhe. Schuhe? Ja. Metall oder was? Also Stoffschuhe. Geil. Ich lass erst mal die Sachen da drin, ja. Ich bring echt nur das Dings mit. Gehst du schon mal Richtung Biberdimme den Weg lang? Kann ich mal. Der Revolver war auch drin. Bitte? Der Revolver war auch drin. Hm, nice. Müssen wir mal so eine Überraschungskiste bauen. Kiste der guten Eidungs oder so. Aus meiner Fackel. Naja. Wee. Eine Fackel für den Budi des Rexis. Man immer weiß, wer hier die kleine Leuchte ist. Oh, eine Beauty. Beauty, Moody, Schmudi. Blub. Aber war doch jetzt ein Träumchen. Lief doch gut. Lief, ja. Ich hab gar nicht gecheckt, wie viel Leben meine Tiere noch haben. Das weiß ich auch nicht. Aber ich glaub nicht, dass sie... Ich weiß nicht, ob die sehr viel Schaden haben. Drittes. Oh, shit. Also war schon knappe Kiste. Ja. Ja, gut. Er hat die... Ich weiß nicht. Die zwei Raptoren sind... Haben den irgendwie immer zurückgestoßen. Hm. Die sind immer weiter nach hinten gegangen. Ja, das ist so schwierig manchmal. Also der... Aber der greift halt auch oft an und hat so ein großes Level. Also von daher. Ja. So, mal ganz kurz warten. Warte, das Wort Smiley ist das Problem. Das ist ja jetzt wirklich nicht so schwer. Aber nur im Titel oder was? Weiß ich nicht genau. Leider ist die E-Mail komplett auf Englisch. Und ich hab die nur mal erflogen. Da muss ich nur mal genau gucken. Paar Werder kenne ich nicht. Aber ich glaube, es ist Smiley. Richtig verstanden habe. Oh, hier waren noch ganz viel mehr. Oh, shit. Ja, war das jetzt dumm gelaufen. Okay. Ja, esse ich das. Wow. Was mit deinen Sweethearts, die für dich gekämpft haben? Was mit denen? Die eigentliche Arbeit... Die hatten Spaß am Töten, das reicht. Ich glaube, nur du hattest Spaß am Töten. Die Dinos haben nicht geweint. Ich glaube, du übertreibst. Nee. Ich glaube nicht. Hm. Ich glaube nicht. Warum höre ich es draußen rumlaufen? Ach, Hottwees. Du wartest auf mich. Wie läuft's in Leak, Freya? Schweigen ist kein gutes Zeichen. Freya? Freya? Ja. Wie läuft's in Leak? Hat Marco gefragt. Wieder... Gut, Marco. Ich dachte, das ist alles gut. Was? Ich bret gerade noch. Lass ich das einfach da drin eben? Ja, ne? Der Rix ist im Level gestiegen. Nice. Das habe ich schon gesehen. Du hast einige Level dazu bekommen, ne? Drei. Das ist schon mal eine Hausnummer. Ich komme mal angeflitzt. Ich bin mal angeflitzt. Neinkampfschaden wäre wahrscheinlich ganz gut, oder? Wie viel Leben hat er? 10.400. Das passt. Mal noch ein bisschen Neinkampfschaden. Leider einmal nochmal rumlaufen. Und die Zwieback. Wiederholen. Ist echt ein Zwieter-Name für den Rexy, oder? Ja, Zwieback. Mhm. Glaubst du drauf? Weiß ich nicht. Ich wollte einem großen, bösen Vieh etwas besonders witziges Süßes geben. Zwieback. Zwieback habe ich schon echt lange nicht mehr gegessen. Ja, Zwieback ist man meistens auch nur, wenn man krank ist, ne? Ja. War auch mal unser Go-To. Oh. Zwieback hat er Internetprobleme. Echt? Oder sie ist einfach weg. Oh. Oh. Wiiiii. Oh. Ja, Internet, sagt sie. Hm. Die Arme. Tein Problem ist immer so. Bei mir ist das mal so phasenweise. Manchmal läuft das richtig gut. Aber sie sagt nur am Lappi. Kann das sein? Also Internet und so? Also. Ja gut, wenn sie mit dem. Geht das? Ich würde einfach sagen, neu starten. Laptop. Ich schreibe mal eben. Hilft immer. Also wenn sie mit dem WLAN wahrscheinlich mit dem Handy drin ist, dann wahrscheinlich, ja. Oh Gott, ich kann sie schlecht tippen hier. Da. Ob sie ist wieder da? Echt? Hi. Hallo. Marco sagt, du sollst den Laptop neu starten, weil wenn du kein Problem mit dem Handy und mit dem Tablethaus, alles fein. Also dann, dann liegt sie eher am Laptop, als. Der ist ja schon mal hoch und runter gestartet worden. Hm. Und das kann ich nicht während eines Games machen, weil ich, dann werde ich das Game nicht mehr miterleben. Ja, da hast du recht. Da hast du recht. Na gut, aber ich meine, wenn das nicht weg ist, dann kannst du auch nicht spielen, oder? Ja, aber das ist schon seit zwei Tagen so auf einmal. Es ist besser, wenn du aus dem Discord rausgehst, weil das sieht ja auch noch ein bisschen Internetkapazität. Okay. Das Discord macht eigentlich nicht so viel. Na okay. Jedoch beim jetzt einmal ganz viel gemacht im Stream, falls du dich erinnerst. Aber, aber es war nur einmal, das ist schon lange her. Bin da. Da hab ich mich vermisst. Eigentlich sind hier immer... Da sind Welte, ja. Biberdämme, das heißt, du tötest die Biber. Ich mach die Dämme leer. Okay? Okay. Ist hier wieder direkt ein Damm gewesen. Echt? Oh, den hab ich gar nicht gesehen. Schon vorbeigeront an dem Weg. So groß. Wo ist der? Ah, da, lol, ja. Okay, bereit. Greifst du an? Buk. Eingriffen. Okay. Ich logg den einfach zu dir. Ja. Funktioniert, ne? Zwieback ist der erst mal. Die sollen nicht das Ding angreifen, oder? Ne, das Ding nicht. Das soll ich wohl leer räumen und das Holz wegschmeißen. Ja. Aber auch, also, kaputt machen ist... Oder geht das automatisch kaputt, wenn es leer ist? Es geht automatisch kaputt, wenn du es leer machst, ja. Okay. Aber macht das Sinn, die Dinger ganz kaputt zu machen, Gormel? Soll ich nicht ein Stack dran lassen, oder so? Nein, leer machen. Okay. Soll ich die ganz neu spawnen. Das habe ich halt nie gemacht. Ich habe richtig Ärger auch von Pete bekommen. Ich wusste das gar nicht. Ich habe die nie leer gemacht. Ja, aber wer soll man das denn wissen? Ich möchte aber auch mal kurz anmerken, dass Pete immer derjenige ist, der komplett alles lootet, egal was es ist. Deswegen war ich immer schön raus. Da war nur Kämpfen geholfen oder Wegrennen geholfen, aber nie gelehrt. So, deswegen bin ich richtig unschuldig. Ja. Also die passen einfach einmal kurz in meinen Mund rein. Oh mein Gott, dann solltest du mal richtig schnell fressen jetzt. Ja gut, meine, meine, meine... Raptoren sind leider auf der anderen Wassersäge. Guck mal, die bleiben tatsächlich stehen, wenn du schreist. Okay, ich glaube, ein Rex ist schon echt der König der Raptoren. Oh mein Gott, das ist ein ganz schwarzes Mammut. Das will ich haben. Es ist schwarz wie die... Level 87, ich nehme das. I don't care. Das ist meins. Bitte nicht töten. Liebke, wir haben genau Mitternacht. Scheiße, ich werde es betäuben. Werde es betäuben. So, und dann mache ich da ganz viele Bären rein und hoffe, das reicht und ich muss sie nicht betäuben. Nicht fressen. Kannst du deine Viecher auf Passivdingsen? Das ist wunderschön, ne? Ist passiv. Okay, ich schieße. Eins. Achso, ich habe... Moment, sorry. Zwei. Alles fein, das kriege ich. Oh mein Gott, es ist wunderschön. Es ist wunderschön. Der wird im Team sein bald. Was hat das für ein Geschlecht? Weiblich und das Schöne ist, es ist ganz schwarz mit roten Hörnern. Das ist das Wichtigste. Weiblich passt gut. Okay. Das ist vom Pieter's Mendel. Wenn es pink ist, vergiss es. Da sind die leider kein Pärchen. Lila. Helles Lila. Ja, ich komme zu dir. Wo bist du denn? Komm mal, bitte. Welche Farbe, Lila? Ein gutes Lila oder ein böses Lila? Dunkels Lila. Ah, dann ist es richtig gut. Warum meinst du auch so dunkel, Lila? Sieht gut aus, ne? Renn weg. Schieß in den Puppi. Ich auch. Schieß nochmal in den Puppi. Gut, okay, ich hör auf, ich hör auf, ich hör auf. Beauty. Was braucht der? Wahrscheinlich Bären. Hast du Leder für mich? Wahrscheinlich, ne? Das ist natürlich schlecht. Ich habe alles weggeworfen. Ach ja, ich nehme mir... Ja, 130 im Rex. Ich nehme mir mal die Hacke raus, ja, weil ich muss tatsächlich... Das ist doch für die, für die, für die Barrikaden. Genau, richtig. Weil ich habe nämlich komplett alles weggeworfen. Alter, hol dir mal an, was da für ein Muster hinten drauf machen. Oh mein Gott, ja, da steht was drauf. Wiebke ist doof. Ich glaube, das wollte ich gerade auch sagen. Der ist toll, oder? Kümmer mich. Schwützig. So, ich weiß nicht, was der braucht. Höchstwahrscheinlich Bären. Ähm, gehe ich mal von aus. Hast du noch ein paar Bären im Rex? Ähm, Bären? Mhm. Was soll ein Rex mit Bären? Ja, immer wenn du anderes tötest, wie Raptoren oder so, dann lassen die auch Bären fallen. 19 Bären habe ich noch. Tu ich mal rein. Ja, schon mal anfangen. Äh, Holz. Oh, das dauert aber ewig. Ja, ich möchte ja nicht dann die ganze Zeit jetzt wach sein. Ich baue den ein und dann, äh, sind ein paar Bären drin und dann nächstes Mal selber startet, weiß ich Bescheid, weißt du? Ja. Soweit ich das machen, deswegen. Ich muss bei Rave immer noch einstellen, dass er jetzt, ähm, mit dem Speichern, das momentan speichert er gar nicht. Nur wenn er an und aus gemacht wird. Achso, oh. Okay. Ich bin gerade aufgefallen, weil Freya hat gesagt, es ist Mitternacht und ich dachte mir, warum kommt eigentlich keine Nachricht, dass... Stimmt, ja, wir hatten heute auch gar keine Legs. Ja, super, ne? Ja. Hab mir nichts beigedacht? Ich speicher gerade mal manuell, ja. Okay. So kann sein, dass jetzt gerade... Dann gehe ich mal zur Seite, weil ich bin nämlich richtig nah bei gefälligen Sachen. Jetzt speichert. Okay. Ja. Durch. Okay, nice. Oh! Alter, bitte sag mir, du bist der Rex, der Schrei. Alter, ich bin mit einem Rechtsklick ins Spiel gekommen, sorry. Also ich hab mich schon angewöhnt, nicht mit einem Linksklick reinzugehen, damit ich nicht schieße oder sowas. Ist gut. Zwei. Ja, schreck man trotzdem nicht weiter. Brauchst du noch irgendwas? Zwei. Okay, ähm, ich glaube, das könnte reichen. Hast du da ein paar Bären reingetan? Ja, wenn ich viel habe, ich hätte 20 oder so. Ah, okay. Ich kann mal gucken, ob die Raptoren noch was haben. Ja. Nö. Ich sammle schnell was. Brauchst du gar nicht. Die Basis rennen und porten ist ja weitaus schneller, weißt du? Nee. Sicher? Aber halt schon. Aber wir sind halt direkt in Nord. Ich mach da den Mund auf und renn hier durch die Gräser. Okay. Oh mein Gott, wie cool. Ich hab auch noch Bären, sehe ich gerade. Die Lilanen brauchen wir. Ich mach mal alle rein. Das ist nicht egal. Nee, die Lilanen sind, also meinst du lieber, die meisten. Nee, die Meo-Bären. Weiß nicht, wie die heißen. Lila-Bären. Ich seh gerade den Namen aufploppen in der Zeit. Aber ich kann mich echt eben beeilen. Das ist, wenn wir direkt nach Nord porten, sind wir exakt neben dem Dude, weißt du? Tun wir trotzdem alles rein, wo ich hab. Dann markiert er nochmal kurz. Mammut. Müsst du noch aufpassen. Also du hast, viele werden reingetan. Dann lass mich das doch, dann lass mich doch eben los. Achso, ja, zu Nord-West. Ja. Ja, reingelegt. Nice. Okay, also hier porten. Okay, wir einigen uns mal. Witzig geben los und kümmere mich, ja? Musst du das nicht machen, weil ich bin schnell genug hier mit meinem kleinen Lilo. Okay, sechs nach Mitternacht. Zacko. Gas gegeben. Du musst alles rein und dann aus. Hm. So, hab Toa. Harderweise. Gas gegeben. Leap. So. Bloop. Bloop. So. Bloop. Okay. Don't. Don't ride in. Was heißt das nochmal? Mit dem Handy? Hm? Don't text and drive. Don't text and drive. Don't rap down and drive. Oder don't drive einfach. Geh nehm ich wohl mit. 400 müssten reichen, ne? Locker, oder? Entschuldige, dass ich da mal vorgeflitzt bin, aber ich bin, glaube ich, ein bisschen schneller mit dem einen kleinen Dude. Ähm. Okay, bin leicht genug. Jetzt nehme ich wieder los und paddere mich zu Nord. Das soll die reichen. Zu Nord? Ja, genau. Dann bin ich direkt bei, da wo der Mammut ist. Weißt du? Ich glaube, da in der Basis, ja. Ja, ja, das macht schon Sinn, da musst du nicht mitkommen. Ich sollte das schaffen. Warte, ich stelle mich mal ein bisschen an. Nee, ich lasse alles aus und sowas. Ja. Alter, hier sind zwei kunterbunte Agentarwisse, beide pink und rosa. Müll. Dann, nee, vergesse es. Da kommt jetzt schön ein fettes Gewehr und düdüdüdüms. Hallo, dankeschön für den Raid. Was ist mein Timing? Ich logge die jetzt zur Basis, schieße die an und dann machen die Türme... Ja, aber nee, das hat so viel Munition gekostet, ey. Bitte, don't do it. Sind die eingeschaltet oder sowas? Ja, die sind eingeschaltet. Die sind eingeschaltet und gefährlich und geladen. Muss mal kurz wegflitzen. Hinter mir ist... Oh, Thomas. Ich hab dich gerade auf Horten gesehen. Ja, siehst du mich auch rennen? Hui. Dankeschön für den Raid. Sorry, ich bin hier ein bisschen gefährlich unterwegs. Das Gebiet ist nicht gerade easygoing. Hallo, danke für den Raid. Wie geht es euch? Was habt ihr gespielt? Rocket League. Das Lieblingsspiel von Marco. Das kommt wieder zurück, ja. Das mit den Autos, ne? Und dem Fußball. Ist doch so, oder? Ja. Okay, Job erledigt, würde ich sagen. Brauche ich hier noch so einer große Dings rein? Oder zwei? Bei vier? Gut, dann tue ich da mal mehr Narkosemittel rein. Ist kein Narkosemittel mehr drin. Ist das schlimm? Nee, ne? Die Latten haben es ja verloren. Äh, nicht viel, aber ich hab auch die letzten vier reingetan jetzt. Hm. Schon ein bisschen. Aber wir haben noch Puffer. Glaube ich. Darfst du noch nicht vergessen, dass da kein Zeug drin ist. Ja. Du hast ihn denn schon markiert, ne? Er ist schon markiert, ja. Ja. Oh. Autofußball. Ist das so, oder? Es ist nur Autofußball. Oder immer nicht? Klein Rennautos fährst du Fußball. Ist doch, oder? Ha? Ja. Warum heißt es dann eigentlich Rocket League, wenn ihr Autos fährt? Weil du mit Raketenautos fährst. Ach, erkenne Autos. Weil, nee, du, ja, du spielst mit Autos Fußball. Ja, das hab ich ja gerade gesagt. Aber ich hab halt gefragt wegen Rocket. Also League macht Sinn, aber Rocket fand ich irgendwie weird. Ja, du hast so Antriebe, ja. Ach so, okay. Jet-Dösen oder so. Aber Marketen-Dösen halt. Ach so. Fliegst ja so durch die Luft und alles. Ach so, ja. Oh, ja. Ich hab mal, es gab so ein, ähm, in Overwatch gab es damals ein Rocket, ich weiß nicht, ob es so eine Kooperation war. Ja, genau, richtig. Vielleicht wurde es auch geklaut, ich weiß nicht. Aber das war quasi das Gleiche. Und ich war echt schlechterin. Danke für den Follow. Huhu. Oh je. Ich seh den rosa Agentar. Holy moly. Oh, das ist ein Raptor. Bye-bye. Man sieht sich. Müsst nicht frei sein, oder? Bye. Also, es müsste noch ein komplett rosa-pinker sein. Nicht der, den du da siehst, sondern noch einmal noch mehr Richtung Basis. Okay. Whee. Du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du-du. Ah, du bist ein Mädchen. Okay, gute Nacht und Schlafstelle. Danke für den Raid. Süße Träume. Ähm. Ich wünsche dir alle hier, oder so. Keine Ahnung. Ich hab ein Mädchen mit dir. Ist so. Okay. Ich wär soweit. Wobei, ich wär fast soweit. Irgendwie ist hier das Törchen noch offensichtlich. So. Törchen war noch auf. Ja, irgendwie alle gleicherste eine, Tex. Ja, die verändern die Farbe irgendwie nicht. Verdammt nochmal. Was denn? Ich. Was denn? Versuch hier von den Raptoren runter zu steigen. Aber wenn ich von dem einen absteige, dann lande ich auf dem anderen. Achso, ja. Dann kam ich da nicht raus. Und jetzt fängt mir so ein Triceratops im Weg. Warte. Der eine möchte auch spazieren gehen. Einen Triceratops haben wir hier gar nicht, du. Nee. Nee. Triceratops sind die mit den drei Hörnchen, du. Ja. 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 Achso, du meinst mich? Ach, verdammt. Lol. Ich hab vergessen, dass ich ein Triceratops-Hörnchen hab. Ach. Bekommst du den Raptor? Oh, ich muss mal eben wieder umparken. Röntchen. Der eine, der spazieren gehen will, wird von den anderen Raptoren geblockt. Ja, ich musste beide leider füffeln. Ja. Aber ich muss auch mal kurz sagen, die holen ich eigentlich nicht rein. Aber will man mal nicht so sein. Aber ich bekomm Renate hier nicht rein. Kannst du Renate mal? Die haben die Renate? Ja, hier. Guck mal, das ist die Tante Renate. Ach, Alter. Wieso? Ich find's witzig. Passte doch. Also, ich fand den Namen gut. Ja. Wollte Renate fragen, wie die heißt. Und das kam raus. Also, ich versteh nicht das Problemchen. Ich kann kein Ad schreiben. Entschuldigung. Ey, jetzt werde ich Musiker. Lol. Hm, lol. Oh Gott. Ach, meine Tastatur hat sich umgestellt. Wie umgestellt? Ja, auf Englisch. Deswegen konnte ich kein Ad schreiben. Warum stellt sich deine Tastatur um? Weiß ich nicht. Oh nein, die Kaka-Po-Po-Sachen sind voll. Egal. Ich bekomm hier... Hä, wie ist das denn? Hast du das auf Englisch? Wie hast du das gemacht? Gibt irgendeine Tastenkombination, die haben die draufgekommen. Ah, okay. So, wird aber jetzt schnell offline gehen. So. Seid ihr noch auf dem Server? Ähm, na. Noch. Okay, weil, ähm, okay. Jetzt nicht mehr. War so schnell, hätte ich sogar nicht rausgehen müssen. Jo. Ja, okay. So. Hauptmenü. Türchen, Puppöchen. Ich kriege mal in den Stream. Also, ich mag den Pizza-Hintergrund. Guten Morgen, Leute. Hat schon was, ja. Hi. Ich habe gehört... Ich habe nichts gehört. Ihr magt Pizza? Da ist Pizza in den Ohren. In den Ohren? Wenn du nichts hören kannst. Tim, ist es du? Oder wo kommt die Qualität der Witze her? Ja. Da wird dann noch mal gelacht in den Ohren. Ja, bitte. Yes, please, with pineapple. Okay, well. Kurio. I always thought. You're a great person, but I'm not sure. Anymore. Honestly. Okay, well. Okay, we all have our... Failed, so... I forgive you. That horrible thing you said. Okay, Leute. Guys, good night. Leute, gute Nacht. Ich gehe schlafen. Danke noch mal für den Raid. Und viel Follows. Und wieder boh. Und auf Wiedersehen. Und ich bin nicht gut im Gute-Nacht-Sagen. Deswegen sagt heute Gommel Gute-Nacht. Äh, nein. Perfekt. Das war schön. Das war ein Träumchen. Okay. Gute Nacht. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao. Stream. Vielen Dank.